so hallo leute neues video neuer spaß wir fahren jetzt zum dieter wie gesagt und wollen uns ein paar bilder angucken er war ja im urlaub und wir haben uns gerade gedacht was soll nicht holen wir wir holen ihm mal und der ude schöne flasche wein mit oder flasche ist ist auch egal also als dankeschön weil ohne die etwa viele touren gar nicht machen können und gäbe gar nicht so geile videos besonders die nach dresden also da muss man erstmal respekt sagen respekt respekt ich bin joachim löw hat der respekt einfach mal als dankeschön haben wir uns ein flaschwein geholt die kümmern der anderen trinken wenn wir die bilder gucken vom urlaub und vielleicht fahrst du auch mal mit und irgendwo mal eine reise buchen nach thailand runter da sind wir live to go die sind da unten und auch andere die ich gerne jetzt gucken wir mal wann der zug fährt und dann fahren wir in der anderen noch bis gleich oder bis jetzt geht ja weiter aber schön dass ihr wieder dabei seid freundlich richtig wie der bis beim nächsten klick bis beim nächsten klick auch für ein bisschen zu nah so jetzt woi wir 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.